Mit jeder Hand eine Flasche umgreifen, die Flaschen vor den Oberkörper nehmen, kleine Kreise beschreiben, zusätzlich das rechte Bein nach vorne strecken, die Zehenspitzen hochziehen, ebenfalls kreisen lassen, die Atmung fließen lassen, bewusst auf die Nase ein und über die Lippenbremse ausatmen. Nach gegebener Zeit das andere Bein nach wie vor mit beiden Armen einen Kreis beschreiben und mit dem linken Bein einen Kreis beschreiben. Lippenbremse ausatmen, über die Nase einatmen und Pause genießen. . Vielen Dank.